Vielen Dank. 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 Thank you. Was denkst du? Jeremie. Hallo, alle. Was sagen wir? Wir verloren, aber wir haben noch ein paar Chance. Wir wissen jetzt nicht wirklich. Aber wir glauben, dass die USA gewinnen wird. Und wir werden glücklich. Nach dieser Spiel. Brief? Wir gehen jetzt an der Trainer. Erstens. Wir noch nicht zu Weihnachten. Wir brauchen, dass die USA gewinnen wird. Ich hoffe, dass sie den Job machen. Ich glaube. Ich glaube. Jetzt über das Spiel. Ich bin nicht sprachlos. Ich habe keine Worten über meine Spieler. In jedem Spiel kommen und sie zeigen mehr und mehr und mehr Effort und Charakter. Ich bin froh. 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 Ich weiß nicht, dass Tomasz Sadoranski eine Chance zu machen. Ich habe das vorhin gesagt, in der Pressekonferenz ist, dass Tomasz Sadoranski über seine Punkte und seine Stats und alles. Er möchte gewinnen die Spiel. Wenn dieser Mann hier hat 25 Punkte gewonnen, und wir gewinnen oder gewinnen, dann geht es nicht um ihn. Er ist die Art der Team. Er ist die Leiter. Er geht nicht um die Zahl. Er geht um die Worte. Das macht ihn ein guter Spieler. Bitte? Ich bin der Basketballer. Taktisch, was der wichtigste Punkt war, um in diesem Spiel zu sein? War es die Zone, die sie verletzten? Oder was die Schlage heute? First of all, die Art. Taktisch, die Art der Spieler. Aber ich glaube, wir wussten vor dem Spiel, dass wir sie nur von Mann zu Mann haben, weil wir einen kurzen Röster und ohne Blake, es ist wirklich ein kurzen Röster. Also müssen wir die Zone und die Zonen und die Zonen match-up. Und wir haben es gut gemacht. Und wir hatten ein paar Probleme. Wir wussten, dass wir ein Problem haben, also wir bringen die Art, und wir bringen eine W-team, wenn wir brauchen. Und ich denke, wir spielen mit ihnen, mit diesen Spielern, 40 Minuten, man-to-man, dass wir acht, neige Spieler in der Rotation und nicht genug Forts und Big Mens, wir können. Ich denke, die Zone, in der Endeffekt, auch die Match-up. Das ist eine der Gründe. Let's start over there und dann in der Front. No, in der Back. Yep. Thank you. My name is Frank and I'm from Daily Sunshine and local newspaper. My question is for the coach. How do you think of your team playing here in Shenzhen? Do you think everything is good in Shenzhen concerning the organizing work or the stadium or the crowd? the crowd? Thank you. Do you understand? Do you understand? No, what he was asking for is a comment on the facilities, the city and the organization of the tournament in Shenzhen. I think that the organization here in Shenzhen is great. and I think that the organization is to be able to do to be able to do and we'll be able to do to talk to the local teams He's going to be able to to get in on the grounds of the national of the people. we like the people But we're out there are all the people who do that. So that's going The police station Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Es ist die erste Mal, dass wir Janis mit uns mit diesem Status haben. Der Status der FVP und der totalen Talent als Spieler. In diesen 25 Tagen arbeiten wir, wir versuchen es zu tun, was wir können. Wir haben ein Spielbuch über ihn, viel Situation für die Offense. Und ich weiß nicht, jetzt mit dem Ergebnis kann ich sagen, dass wir vielleicht nicht die richtige Option haben. Aber wie wir mit ihm arbeiten können, jeder kann euch sagen, dass wir sehr, sehr hart arbeiten. Das concludes die offizielle Partie der Pressekonferenz. Danke, Coach. Danke. Danke. Und der Spieler und der Coach werden schnell in Greek, in der Mixzone. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.